Willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns die BambuSan intelligente, selbstreinigende Katzentoilette genauer an. Für alle Katzenliebhaber, die Wert auf Komfort und Hygiene legen, ist dieses smarte Katzentoilette-System ein echter Game Changer. Es verspricht eine automatische Reinigung, Geruchskontrolle und sogar eine praktische App-Steuerung. Ob dieses Hightech-Katzenklo wirklich hält, was es verspricht, erfahrt ihr in diesem Test. Das Design der BambuSan Katzentoilette ist modern und funktional. Mit einem großen 65 Liter Innenraum bietet es viel Platz, sogar für größere Katzen. Besonders hervorzuheben sind die smarten Sensoren, die erkennen, wann die Katze das Klo betritt und verlässt. Die automatische Reinigung startet wenige Minuten später, ganz ohne manuelles Schaufeln. Zudem gibt es eine integrierte Geruchsbeseitigung, die unangenehme Gerüche mit ionischer Technologie neutralisiert. Für mehr Katzenhaushalte ist das richtig praktisch, da der 9 Liter Abfalleimer locker für eine Woche ausreicht. Ein weiteres Highlight der BambuSan Katzentoilette ist die App-Steuerung. Über eine App, die mit 2,4 GHz WLAN verbunden wird, kann man jederzeit den Status der Katzentoilette überwachen, die Reinigungszyklen anpassen oder eine sofortige Reinigung auslösen. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Menschen, die viel unterwegs sind. Auch in puncto Sicherheit punktet das Katzenklo. Die eingebauten Sensoren verhindern, dass die Reinigung startet, während die Katze noch in der Toilette ist und sorgen so für maximalen Schutz. Insgesamt bietet die BambuSan intelligente, selbstreinigende Katzentoilette eine überzeugende Kombination aus Komfort, Hygiene und smarter Technologie. Sie ist ideal für Katzenbesitzer App-For, die sich weniger um das tägliche Saubermachen kümmern möchten und gleichzeitig sicherstellen wollen, dass ihre Katze ein sauberes und geruchsfreies Umfeld hat. Wer nach einer praktischen und modernen Lösung sucht, wird hier definitiv fündig. Wir hoffen, euch hat dieser Test gefallen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Vergeßt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Tests und Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Vergeßt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren,